Szenische Bildersuche, Kostbach, Unschuld. So, wo sollen wir denn hin? Ja, direkt dahin, das ist gut. Ich würde mal sagen, dieses müsste das sein. Ja, natürlich müsste das das sein. So, Turm, perfekt. So, Bäumchen hier links. Jawohl. Eigentlich kannst du so stehenbleiben, weil da hast du doch die Brücke schon. Achso, da, wegen der Wasserfall. Ah. Sehr gut, damit hätten wir das erste Bild. Wo ist das zweite? Oh, wo gehen wir denn jetzt hin? Oh, haue, haue, haue. Ich würde mal ganz stark schätzen, dass wir gleich den Wasserfall da fotografieren. Oh, den hätten wir. Äh, ach, da ist das. So, und da rechts, was ist das da? Da hinten. Ne, doch. Perfekt. Sehr gut. Da wird Nummer zwei. Und Nummer drei. Da sollen wir hin. Okay. 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 Na komm, kämpfen wollte ich jetzt nicht. Wie sind's? Sag ich doch, ich will nicht kämpfen. So. Ah, ja. Der Regenbogen ist zwar nicht da, aber es macht ja nix. So, wir sind... Was sind wir denn? Da sind wir. Na, jetzt. Sehr gut. Gut. So, dann das hier. So, und dann irgendwie... Ähm. Ich kann's nicht erkennen, wo ich... Wo ich... Hm. So, da hinten ist ja eigentlich... Der Drachengrad, ja. Das ist jetzt aber ein bisschen doof. Ah! Da haben wir ihn. Sehr gut. Erledigt. Da haben wir unsere Belohnung. So, und... Na, einmal gibt's das Buch und dann die Einzelteile für das Buch, dass man das fertig kriegt. Ja, passt. So. Tschüss zum nächsten Mal. Tschüss.